Sie werden die letzten Details durchgesprochen und abschließend die Fotos vorgeführt. Wenn man sich das ansieht, meine Damen und Herren, wie knapp zusammen die da unterwegs sind, dann kann man sich denken, was jetzt die Ende des Spiels sein muss. Die Teammitglieder Nr. 2, 3 und 4 haben gewisse Sichtmarken. Die Teammitglieder Nr. 3, 5 sind gerade vorgeschrieben.